moin moin freunde und herzlich willkommen zu meinem streaming guide in diesem guide werde ich euch erklären wie ihr euch am besten für das hardcore race vorbereitet beziehungsweise wie ihr anfang zu streamen natürlich ging bei vielen leuten so die frage ja ich habe wenig bandbreite kann ich denn damit streamen ganz ehrlich ihr könnt mit absolut minimalster bandbreite schon streamen das funktioniert so was braucht ihr denn alles zum streamen als allererstes braucht den twitch account das dürfte wohl jedem klar sein sign up also twitch.tv ist klar dann sign up gebt ihr irgendeinen namen ein keine ahnung hart core lol roffel muha keine ahnung was da immer ist ja scheißegal sucht euch einen namen aus wenn ihr noch keinen account habt passwort ist auch klar e-mail-adresse ist auch klar dürfte wohl jedem bewusst sein wie man sich einen account erstellt so soviel dazu wenn ihr dann einen account habt dann geht ihr auf die seite obsproject.com und ladet euch den open broadcaster runter warum den open broadcaster ist kostenlos ist ziemlich gut eigentlich ich persönlich finde xsplit besser das ist meine persönliche meinung allerdings ist xsplit kostenpflichtig es gibt natürlich methoden um so kostenpflichtige sachen zu umgehen diese werde ich allerdings nicht bewerben beziehungsweise euch das nicht erklären weil ja sonst gäbe es so eine projekte nicht wenn es kein wenn keiner bezahlen würde so fertig gut obs ist kostenlos basiert halt wohl auf donations ja deswegen halt obs für den anfänger für den fortgeschrittenen eher xsplit gut obs habt ihr runtergeladen also obsproject.com dann einfach auf download oder hier auf download und dann könnt ihr euch die 64 bit und in 32 bit gibt es auch download automatisch runter so dann ganz normal installieren dürfte wohl auch jedem bewusst sein werde ich jetzt nicht machen weil ich habe ihn schon installiert schon vor monaten jahren auf diesem rechner nachdem ihr installiert habt habt ihr hier so eine so ein so ein fenster geht dann auf also das ist das programm open broadcaster dann geht als allererstes in die einstellungen und dort halt auf allgemein durch die sprache fest erstellt euch ein profil also könnt ihr hinzufügen ein neues profil macht ihr euch keine Ahnung am besten so wie ihr den stream channel nennt so und dann ähm alles anders eigentlich relativ egal maus zeiger über projektor anzeigen würde ich machen also ist dieses dieses fenster was dann dieses vorab fenster ähm oder die ansicht wie ihr es seht wenn die maus nämlich dann verschwindet ist ein bisschen ungünstig so ähm dann gehen wir gleich direkt weiter also nach allgemein geht es direkt auf codierung wichtig benutze konstante bitrate das ist ganz wichtig jetzt können wir die qualität nicht einstellen weil ach das geht hier bei obers nicht okay also das fällt weg jawohl fällt also weg qualität die braucht ihr unbedingt also die müsst ihr unbedingt einstellen und zwar entweder 0 oder 1 wenn ihr wenig bandbreite habt weil je höher die qualität desto mehr bandbreite braucht ihr und wenn ihr eine maximale bitrate wie ihr die festlegt das ist ganz einfach ihr geht auf www.speedtest.net und dann gebt ihr ein ne gebt ihr gar nichts ein macht ihr einfach äh guckt ihr am besten einen nahen server hier ich mache zum beispiel mal hamburg ja einmal auswählen und dann läuft der test direkt könnt ihr einfach jetzt ausführen gehen dann guckt ihr erstmal was ihr denn überhaupt für äh äh ne bandbreite habt bei mir ist es jetzt heute also abends um diese zeit ist es immer ein bisschen weniger aber auch schon 90 das ist ja ja läuft mal laut im moment gut bei mir ist jetzt ein schlechtes beispiel oh heute abend nur sechs ist aber ganz schön wenig heute also letzten wochen hatte ich eigentlich immer so neun na gut nicht abends mal morgens war es neun so da hätten wir es dann also 6,17 MB per second also könnte ich hier eigentlich theoretisch einstellen was ich wollte twitch lässt allerdings maximal ich glaube 3.500 oder 3.000 zu ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau was das maximum ist das hat euch aber nicht zu interessieren ihr solltet auf jeden fall einen wert nehmen der noch genügend oder wo ihr noch genügend bandbreite für eure anderen sachen habt beispielsweise da wird jetzt stehen 0,5 MBit bei 0,5 MBit wird das richtig knapp da würde ich dann 350 nehmen ja maximale bitrate und zum Rest aus der Einstellung kommen wir gleich dann Codec würde ich dann auf jeden fall entweder AAC oder MP3 Hauptsache sehr niedrig kann ich bei AAC vielleicht umstellen die kann ich nicht ok also MP3 zack so 64 Bit so ja speichern also das ist jetzt nur das beispiel für eine sehr genügend bandbreite wenn ihr jetzt 1 Bit Upload habt dann könnt ihr schon mal 500 nehmen wenn ihr 2 Bit Upload habt dann könnt ihr 1000 nehmen und so könnt ihr das immer ein bisschen hochdrehen und ihr müsst halt selber mal auf eurem Streamkanal gucken wie ist denn die Qualität aber da kommen wir gleich zu wie ihr das am besten überprüft also erstmal nein nicht speichern erstmal gehen wir dann hier weiter Broadcast Einstellungen dort klickt ihr dann auf Livestream dann wählt ihr hier aus beim zweiten Twitch slash Justin TV ja es ist also Twitch und Justin ist eine Plattform und als Server wählt ihr aus entweder Amsterdam oder Frankfurt ich muss mal Amsterdam und jetzt braucht ihr den Streamkey wie findet ihr den Streamkey das poste ich die Links poste ich gleich alles noch ins Video rein also unten in die Info ihr geht einfach auf Twitch.tv dann euren Twitch-Namen slash Dashboard slash slash äh slash Streamkey und dort klickt ihr dann auf Showkey das mache ich jetzt nicht weil meinen Key sollt ihr nicht sehen aber wenn ich jetzt auf Showkey klicken würde würde den Key auftauchen den dann kopieren aufpassen dass ihr nicht ein Leerzeichen hinten mit kopiert sondern wirklich nur den Key selber also den kompletten Key halt ja und dann ups dann fügt ihr ihn hier ein so Auto Reconnect auf jeden Fall an das ist eigentlich egal 10 Sekunden ähm minimiere Netzwerklast habe ich noch nie benutzt könnt ihr machen als Datei speichern ist nur interessant wenn ihr einen starken Rechner habt und wenn ihr das ähm Videomaterial noch selber separat haben wollt dann müsst ihr auch den Pfad angeben wo es hin soll dann habt ihr hier diverse Hotkeys die könnt ihr dann festlegen das spielt erstmal nicht so die Rolle so ja dann geht ihr auf Video dort halt eure Grafikkarte auswählen da gebt ihr legt ihr fest welche äh Basisauflösung habt ihr habt also sprich euren Monitor oder aber wenn ihr mehrere Monitor habt welcher Monitor der primäre Monitor sein soll dann haben wir jetzt hier den Punkt Auflösung herunterskalieren je kleiner die Auflösung desto weniger Rechenpower und weniger Bandbreite braucht ihr oder warte mal doch ja klar je weniger natürlich weil das muss ja weniger komprimiert werden klingt logisch hab ich recht gehabt jetzt war ich mir gerade im dem ersten Moment etwas unsicher weil der muss ja dann runterrechnen aber das frisst deutlich weniger Bandbreite beziehungsweise Rechenleistung als eben das komprimieren weil je größer das Video desto mehr Internet Bandbreite braucht ihr das könnt ihr aber umgehen indem ihr komprimiert so komprimieren kostet aber gewaltig eine Rechenleistung und ich sag mal kaum einer hat hier so ein übertrieben gesagt 10.000 Euro Rechner stehen dass er an maximaler Qualität streamen kann trotz geringer Bandbreite wohlgemerkt also maximaler Qualität können viele Rechner streamen ist halt immer nur die Frage der Bandbreite aber egal so also sprich ihr habt jetzt nur 300 äh 400 KB Upload zur Verfügung für den Stream also die ihr abgeben könnt für den Stream dann stellt ihr auf jeden Fall ein 640 mal 360 und dann gibt es noch eine Möglichkeit zu tricksen und zwar wie man gewaltig Bandbreite spart und zwar über die FPS wir könnten zum Beispiel wenn es alles ins Hard auf Hard läuft oder Hard auf Hard kommt meine Entschuldigung könnten wir mit 15 FPS streamen der Stream ist dann zwar nicht mehr äh anschaubar also kein Mensch kann sich diese Qualität mehr anschauen also das ruckelt wie Sau das läuft nicht flüssig das sieht einfach scheiße aus dann hat aber den Vorteil ihr könnt dann wenigstens streamen und ihr braucht ja für das Race auf jeden Fall den Stream und so funktioniert das ihr müsst es dann selber nochmal ausprobieren aber wie ihr das testet zeige ich euch gleich so Aero Oberfläche Aero Aero Oberfläche beim Start deaktivieren würde ich je nach Rechenleistung mit einbeziehen weil die Aero Oberfläche die zieht halt schon ein bisschen was und Aero meine ich und wenn ihr die deaktiviert habt dann ein bisschen mehr Rechenpower so warum ihr Rechenpower braucht da kommen wir jetzt zu also wenn ihr natürlich eine dicke Internetleitung habt dann könnt ihr die FPS auch höher drehen und auch wenn ihr einen dicken Rechner habt also in 40 FPS sieht das Spiel besser aus als in 30 oder in 15 FPS oder in 20 aber wie gesagt die FPS könnt ihr dann zu Performance Gründen nach unten korrigieren so dann gehen wir auf Video so und dann gut Desktop Audio Gerät da müsst ihr dann halt eure Soundkarte auswählen Mikrofon ist auch klar euer Mikrofon also den Eingang oder beziehungsweise das Mikrofon auswählen was ihr nutzt Mic Aux zu Monocon wird hier nein zeige nur verbundene Gerät jawohl Push to Talk muss jeder selber wissen das weiß ich da habe ich mich nicht mit beschäftigt so dann gehen wir mal auf Erweitert so Nutze Multithread Optimierung jawohl auf jeden Fall Prozesspriorität mindestens normal das kann alles so bleiben so X264 CPU Voreinstellung und hier ist halt die Komprimierung je höher das eingestellt ist also andersrum je langsamer das eingestellt ist das geht hier von Ultra Fast bis runter auf Slower je höher das eingestellt ist desto besser ist die Qualität und desto weniger Bandbreite braucht ihr so also die Möglichkeit ist ihr habt einen dicken Rechner dann stellt ihr das einfach auf Slower aber dann steht ja gleich bla 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 steht ja irgendwas ne steht nicht wer welche CPU vorgeschlagen wird also bei XSplit steht schon direkt sowas wie meine CPU kostet so viel wie zwei Häuser also nicht ganz aber da stand mal in irgendeinem Spiel mit drin bei XSplit steht nur Next Generation i7 CPU also das ist also Medium ich würde es erstmal versuchen mit Faster guckt euch ob ihr Rechner das überhaupt packt weil glaubt mir alles außer Super Fast zieht richtig viel Rechenleistung also ich selber mit dem Rechner hier könnte theoretisch in Medium streamen vielleicht sogar auch in Slow in mit dem anderen also das ist ja nicht mein Streaming Rechner das ist mein Gaming Rechner hier mein Streaming Rechner hat nicht so viel Leistung mit dem schaffe ich gerade mal Super Fast so aber wie gesagt je langsamer desto besser ist es komprimiert und desto schöner sieht das Bild aus ja dann habe ich hier X064 Encoding Profil ja hi Keyframe Intervall 2 auf jeden Fall so und sonst Synchronisation der Audio zur Videozeit erzwingen ja das mit dem Zeitstampel das weiß ich nicht was das bedeutet so und den Rest würde ich so lassen ganz wichtig Mikrofonrausch Sperre die Mikrofonrausch Sperre lasst sie weg weil das Problem ist bei den meisten Headsets habt ihr irgendeinen Hintergrund Rauschen oder bei den meisten Soundkarten ihr habt einfach ständig so einen Brummen oder so ein Rauschen auf eurem Stream und das stört zwar im ersten Moment aber ich kann euch sagen mit dieser Rausssperre dann funktioniert nämlich folgendes solange ihr nichts sagt ist der Ton komplett also nicht der komplette Ton aber euer Mikrofon ist komplett stumm und ich selber wenn ich so im Stream zugucke wo einer diese Rausssperre nutzt ja da kriege ich nach kurzer Zeit Kopfschmerzen weil er sagt nichts dann sagt er was dann kommt so ein kurzes Knacken und so ein Rauschen dann dann sagt er kurz was und dann hört er wieder auf und das ist wieder leise und besonders schlimm ist es bei Leuten die dann mit einem leisen Gamesound oder ohne Gamesound streamen also man hört nur die Mikrofonquelle und dann ist Ton aus geht Ton an Ton aus Ton an und ich finde das ist so grässlich also dann lieber ein Dauerrauschen das ist viel angenehmer denn es ist wenigstens konstant irgendwo ein Geräusch zu hören und das ist viel besser also das würde ich komplett weglassen also nochmal wie könnt ihr eure Bandbreite sparen indem ihr die Qualität möglichst runter stellt ne müsst ihr halt selber ausprobieren wie hoch ihr geht also am besten ihr fangt erstmal an mit der Hälfte eures Uploads sagen wir mal drei Viertel eures Uploads und dann fangt ihr an auf Qualität also ihr könnt erstmal die maximalen Einstellungen haben also ich sag mal im Prinzip kriegt man sofort ein Gefühl dafür wie viel man abnehmen kann probiert es einfach aus wenn ihr jetzt nicht so eine gute Leitung habt auf 5 und dann geht ihr hier bei der Auflösung dann könnt ihr es erstmal auf 960 probieren oder weiter runter oder halt auch höher wenn ihr merkt es läuft immer noch flüssig könnt ihr es auch hochdrehen so weit wie es geht ja und so tastet ihr euch da halt dran gut soviel erstmal dazu das ist erstmal das Grundprinzip von OBS jetzt haben wir hier die Sache wie streamt man so da gibt es mehrere Möglichkeiten also erstmal hier Szene hinzufügen das ist ganz wichtig benennt die Szene am besten auch gleich richtig ne weil ihr könnt die Szene nämlich zwischendurch auch wechseln geht auch mit Hotkey nachher so die nenne ich erstmal Diablo so jetzt hinzufügen es gibt einmal die Fensteraufnahme und einmal die Monitoraufnahme so die Fensteraufnahme da müsst ihr dann das Fenster könnt ihr benennen wie ihr wollt ich mach jetzt mal nur ein Beispiel so dann könnt ihr hier entweder irgendeine Internetseite festlegen oder ein komplettes Fenster ja zum Beispiel von dem von dem Browser so inneres Fenster könnt ihr auch Ausschnitt wählen ne indem ihr hier auf Ausschnitt klickt einen Haken rein und dann Ausschnitt auswählen dann könnt ihr den hier an den Enden könnt ihr den zusammenschieben könnt ihr den auch frei bewegen und dann könnt ihr zum Beispiel irgendwas mit Capturen zum Beispiel einen Counter einen Timer oder so das ganze sähe dann so aus seht ihr hier da ist es jetzt könnt ihr hier nichts machen dazu Szene bearbeiten dann könnt ihr das hier größer machen oder kleiner machen aber hinschieben wo ihr wollt so das war die Fensteraufnahme dann gibt es hinzufügen Monitoraufnahme zack dann könnt ihr den ganzen Monitor mit Capturen sieht dann ungefähr sieht dann ungefähr so aus ne könnt ihr auch kleiner machen größer machen wie auch immer so aber für die meisten Leute empfehle ich eine Game Source zu Capturen also sprich Game Aufnahme so und dann jetzt habe ich kein Diablo aktiv ja dann taucht hier zum Beispiel Diablo World of Tanks dann tauchen die Games auf dann könnt ihr das Game direkt Capturen und wenn ihr aus dem Game Raust habt dann sieht man euren Desktop nicht ist ziemlich praktisch Mauszeiger aufnehmen auf jeden Fall ganz wichtig und dann könnt ihr noch einen Hotkey setzen ist aber nicht so wichtig also hier ich kann jetzt nur kein Diablo habe ich gerade nicht gestartet könnte ich ja nicht mehr machen ist egal also Game Aufnahme so das ist das Sinnvollste dann könnt ihr hier noch Videogeräte hinzufügen wie zum Beispiel die Webcam und so müsst ihr hier den Webcam auswählen ganz wichtig ich würde den Sound komplett ausmachen ne Audio Wiedergabe deaktivieren sonst habt ihr nämlich das Mikrofon von der Webcam und euer normales Mikrofon das hört sich scheiße an dann könnt ihr noch hinzufügen Bilder könnt ihr den auch skalieren und so weiter könnt ihr überall hinschieben wo ihr wollt wenn ihr einen Overlay habt zum Beispiel oder irgendwelche irgendwas in Info dann könnt ihr hinzufügen einen Text ja geben sie den Namen ein dann sagt man zum Beispiel keine Ahnung Info das ist nur der der Name des Textfeldes selber das ist noch nicht der Text den man sieht Info Text so und dann könnt ihr ja ganz normal wie in jedem Word Editor könnt ihr das festlegen wie das aussehen soll und dies ist ein Test das ist die eine Möglichkeit die zweite Möglichkeit ist nutze Text aus Datei so ja könnt ihr zum Beispiel irgendeine Textdatei nehmen die könnt ihr auch capturern die könnt ihr dann eigentlich auch glaube ich on the fly verändern da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher müsste ich eigentlich publisch mal aus hinzufügen Text aus Datei suchen Desktop Neu Textdokument Test öffnen bla Datei speichern so jetzt haben wir hier bla jetzt gucken wir mal blub Datei speichern jawohl also die Datei wenn die Textdatei verändert wird dann verändert sich das auch in dem äh aber mal gucken nochmal Datei speichern jawohl also wenn ihr zum Beispiel es ist gar nicht so unpraktisch ein zweites Monitor habt ja ich habe jetzt hier auf dem Rechner keinen weil es nur mein Gaming Rechner ist ich capture das ein bisschen anders mit ein bisschen mehr Technik nehmen wir mal an ihr habt jetzt äh auf dem zweiten Monitor diese Textdatei offen nur als Beispiel dann könnt ihr da irgendwas reinschreiben das könnt ihr dann halt immer on the fly verändern das ist ziemlich praktisch ne zum Beispiel da kann man ein paar Sachen mit machen dann möchten viele Leute eine Stoppuhr mit bei haben dann geht ihr auf www.online-stopwatch.com dann klickt ihr ein äh Stopwatch gibt es auch als Countdown ja dann könnt ihr einfach auf Start klicken ne clear so wie geht man das am besten an nun man macht das am besten dieses Fenster also ein Fenster ein kleines Fenster so man schiebt das Ding am besten ein bisschen zusammen das will er hier nicht so nein verdammt ah online-stopwatch tü 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 so macht das Fenster ein bisschen kleiner könnt auch mit wenn ihr STRG gehalten drückt äh gehalten drückt lol wenn ihr STRG gedrückt haltet dann könnt ihr mit dem Mausrad reinzoomen könnt ihr das noch ein bisschen größer machen das ist gar nicht so unpraktisch so und jetzt gehen wir bei jetzt haben wir meinetwegen unser Game hier gecaptured und jetzt gehen wir bei äh hinzufügen und dann Fensteraufnahme so dann nennen wir das ganze Ding Timer dann inneres Fenster ist egal eigentlich Ausschnitt Ausschnitt auswählen kleiner Tipp vorher vor dem Capturen auf jeden Fall ähm na verdammt vor dem Capturen das Ding irgendwo anders entschieden ist das funktioniert übrigens nur bei zwei Monitoren bei einem Monitor gibt es eine andere Variante die muss äh da müsste ich zurück mal bitten dass er da einen Flat-Zubwurf macht so gibt es noch so ein Programm für wo habe ich das drauf hey jetzt reagiert mein PC nicht mehr lol super S-N-A-Z die habe ich nur runtergeladen nicht drauf ok ist egal hinzufügen äh was wollte ich machen Fensteraufnahme so Timer und dann halt Ausschnitt Ausschnitt auswählen und dann macht ihr das hier ungefähr so groß wie die Uhr ist da müsst ihr ein bisschen rumprobieren so und dann ok jetzt haben wir hier so einen Timer jetzt kann man aber noch so weit gehen und kann zum Beispiel auf Eigenschaften klicken warten das jetzt muss ich selber nochmal gucken genau da nutze Color Key auswählen Sack jetzt kann man den zum Beispiel noch ein bisschen durchsichtig machen ist auch gar nicht so schlecht wenn man den sich zum Beispiel auf irgendein anderes Bild draufsetzen will und da kann man halt hier das noch ein bisschen anpassen da muss man ein bisschen mit spielen ein bisschen rumprobieren wie das am besten aussieht bei einem selbst bei X-Split hat man noch mehr Einstellungen also bei X-Split kann ich mit den Reglern so lange schieben bis sich die Farbe selbst davon ändert also ich kann diesen Timer bei X-Split rot kriegen und grün kriegen und gelb kriegen ja das geht bei OBS nicht weil da gibt es nicht so viele Funktionen das spielt auch keine Rolle so dann habt ihr jetzt den Timer drin ich habe jetzt Abrechen übrigens geklickt so den könnt ihr dann irgendwo hinschicken aufs Bild ist egal irgendwo hin halt wo er nicht stört und dann habt ihr den Timer drin fürs Hardcore Race ist gar nicht so unpraktisch so was gibt es noch zu beachten ach ja hier viele Leute haben immer das Problem oder ich merke es auf vielen Streams da ist der Game Sound viel zu laut und das Mikro viel zu leise also Mikro auf Maximum drehen ich kann es jetzt hier nicht also ihr habt hier so einen Regler ich habe hier kein Mikro angeschlossen an dem Rechner hier könnt ihr das Mikro halt auf Maximum drehen und den Lautsprecher könnt ihr dann eben entsprechend weiter runter regeln bis ihr die richtige Lautstärke also das richtige Verhältnis zwischen Mikrofon und Lautsprecher habt so und dann würde ich noch empfehlen Szenen hinzufügen nennt ihr sie AFK so da könnt ihr die ganze Szene rüber kopieren meinetwegen ohne Webcam einfach mit dem Game und so weiter und könnt ihr dann auch hinzufügen Text nennt ihr AFK und dann schreibt ihr rein AFK 20 Minuten wieder da keine Ahnung irgendwas sowas in die Richtung packt das hier in die Mitte zum Beispiel so und dann macht ihr hier zack und dann wieder zack das ist ziemlich praktisch was gibt es noch zu erklären sonst war es das eigentlich ach ja und dann natürlich hier Steaming stoppen wieso habe ich jetzt das Stream eigentlich gestartet vor allem wo habe ich das Stream gestartet Ah ok hat er mich nirgendwo gestreamt weil der Streamschlüssel fehlte so bevor ihr den Stream startet habt ihr noch Streamvorschau ja stoppen und dann könnt ihr den Stream starten Plugins ist erstmal uninteressant gut soviel dazu ganz wichtig ihr geht auf euren Twitch-Kanal Login früher früher musste ich früher habe ich immer die Passwörter vor mich hingesagt so vor dem PC halt und das musste ich mir wegen dem Stream schnell abgewöhnen also so ein bisschen wie auch immer mitgesprochen das Passwort egal wäre ziemlich sinnlos egal lassen wir es und praktisch das war das Wort nachdem ich gesucht habe so jetzt haben wir hier unseren Twitch-Channel links haben wir die ganze Leiste wo wir halt diverse Funktionen haben dann gehen wir einfach hier auf den Schraubenschlüssel so dann haben wir hier unsere E-Mail-Adresse die wir festlegen können nochmal ändern können den Namen können wir ändern können wir den noch ändern ja Tatsache so dann haben wir hier noch ein Hintergrundbild das ist alles egal das müsst ihr euch selber alles raussuchen das ist jetzt nicht so wichtig und zwar das wichtigste für euch ist Channel und Videos das ist der wichtigste Punkt erstmal und dort ist es ganz wichtig dass ihr einklickt oder ein Haken muss drin sein bei Archiv Broadcasts der Haken muss drin sein so wenn dieser Haken drin ist dann geht ihr auf euren Twitch-Kanal klickt ihr auf GoToProfil also beziehungsweise geht auf Twitch.tv euer Nick oder ein Profile dann könnt ihr hier unten auf Past Broadcasts gehen und könnt euch hier die letzten Videos angucken ist sehr 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 wichtig warum wir brauchen halt die Aufnahme von eurem Stream um bei eventuellen Streitfällen das Ganze eben zu kontrollieren ob ihr auch euch an die Regeln gehalten habt oder auch nicht ups so das war es eigentlich so könnt ihr auch eure Videos selber angucken so könnt ihr dann halt überprüfen wie eure Qualität ist am sinnvollsten ist es halt ihr streamt irgendwie zwei Minuten also ihr lasst ihr spielt macht ein Game ihr spielt irgendwie macht einen Run also wenn ihr euch jetzt diese Woche jetzt darauf vorbereitet macht ihr keine Ahnung einen Farm Run was auch immer ihr macht in Diablo und das streamt ihr halt in einer Qualität dann macht ihr den Stream wieder aus dann macht ihr verändert ihr die Qualität stellt es neu ein macht den Stream wieder an dann macht ihr den nächsten Run und so weiter das macht ihr halt in ich sag mal 5-6 Run jeweils mit unterschiedlichen Qualitätseinstellungen und dann guckt euch die Videos an und dann könnt ihr euch entscheiden was das Beste ist und zum Testen könnt ihr natürlich auch gleich mal ein bisschen maximal hochgehen aber ich sag euch so nehmt ruhig nur ein gesundes Mittelmaß Hauptsache man kann es erkennen gut übrigens Mikro braucht ihr nicht unbedingt also es ist bei euch wenn ihr streamt das Wichtige ist dass es ein Bild da ist es ist noch nicht mal tonwichtig das Einzige was stimmen muss ist das Bild da muss ein bisschen was zu erkennen sein alles andere ist irrelevant also ihr könnt das Mikro und die Webcam könnt ihr weglassen das ist alles nur optional keine Pflicht nur Pflicht ist streamen das Ingame also das Videomaterial aus dem Game das muss zu sehen sein man muss sehen ob ihr euren Char wirklich live erstellt habt ob keiner ins Game gekommen ist und ob ihr nicht an die Truhe gegangen seid beziehungsweise an den Händler so dann hoffe ich dass ihr dass euch das helfen konnte oder dass euch das geholfen hat wenn ihr noch Fragen habt dann haut es gerne in die Comments ich werde dann da was zu schreiben also macht's gut ich hoffe wir sehen uns alle am kommenden Sonntag zum ersten Rennen wie gesagt ihr könnt auch nach dem Race noch teilnehmen und ihr müsst nicht an jedem Race teilnehmen wenn ihr an einem aussetzen müsst ist das nicht so schlimm goodie also macht's gut bis denn ciao 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 Vielen Dank.